Für mich die nützlichste Funktion bei HomeConnect oder mit einer der spannendsten Funktionen finde ich die Kamera im Kühlschrank. Der typische Siemens-Kunde ist ständig unterwegs und möchte gerne große Flexibilität haben. Bei jedem Schließen des Kühlschranks werden zwei Fotos gemacht und die kriege ich live auf mein Smartphone geschickt und sehe dann, was im Kühlschrank drin ist oder was eventuell noch fehlt oder wovon ich dachte, es wäre noch da, aber es ist mittlerweile weg. Es sind ganz spezielle Kameras, die extra für den Kühlschrank entwickelt wurden mit einer Auflösung von 5 Megapixel und wasserdicht natürlich, damit auch die Obstsäuren diese Elektronik nicht angreifen und diese verwittern. Es ist wirklich eine total innovative Lösung und als Nutzer total einfach zu bedienen. Ich weiß immer, was in meinem Kühlschrank ist und habe meinen Kühlschrank sozusagen immer in der Jacken- oder Hosentasche dabei, wenn ich am Einkaufen bin. Mein wirkliches Highlight in der Connectivity, die Kamera & Fridge, jetzt serienreif. Für mich der schönste Use Case in der Home Connectivity. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr.